Hallo, da ist Florian Rackel wieder aus dem Olympia Golf Trainingsloft in Innsbruck und es ist der nächste Teil in dem großen Putting Guide. Die große Videoserie über das Putten, über die Technik und alles was dazu gehört. Wir sind jetzt im nächsten Teil, im vorigen Video haben wir gesprochen über den Griff und das Setup, das eine ganz entscheidende Sache ist, dass wir den Putt Stroke dann im Endeffekt auch gut ausführen können. Ganz wichtige Sache, habt ihr das noch nicht gesehen, oben im Link findet ihr das i, da könnt ihr draufklicken, da findet ihr die komplette Playlist von dieser Technik Videoserie und sobald die Videos online sein, könnt ihr alle direkt auswählen. Also habt ihr das Griff und Setup Video noch nicht gesehen, bitte gleich oben vorher anschauen, bevor ihr jetzt hier euch das anschaut mit dem Putt Stroke. In diesem Video geht es jetzt um den Putt Stroke und da möchte ich ganz von vornherein einmal sagen, ich habe sehr sehr oft höre ich, dass gesagt wird, ich versuche den Putter gerade zurück und gerade nach vorne zu bewegen, also gerade zurück, gerade nach vorne auf der Ziellinie quasi. Das funktioniert nicht. Das ist etwas, das absolut nicht möglich ist, rein vom Physikalischen her. Und zwar, wir haben das Setup durchbesprochen und da haben wir gesagt, der Oberkörper hat eine leichte Neigung nach vorne, der Putter, der hat einen Leihwinkel und aufgrund dieser zwei Sachen ist es schon mal nicht möglich, den Putter gerade auf dieser Linie bewegen zu können, ohne dass die Arme und Hände dies willkürlich herbeiführen. Und zwar ist es so, wenn ich hier mein Setup einnehme, wie wir es vorher besprochen haben, dann seht ihr jetzt hier, dass ich eine Oberkörperneigung habe und dass der Schläger jetzt am Boden auffliegt. So, die Bewegung an sich wird dann sein, dass ihr eine Pendelbewegung aus dem Schulterbereich macht und mit dieser Oberkörperneigung ist es einfach natürlich dann, dass eine Bewegung passiert, die nach innen wieder zurück und nach innen geht. Also es ist eine In-to-In-Bewegung. Ihr habt jetzt hier etwas übertriebener gezeigt, dass ihr es gut seht auf der Kamera, aber wenn ich mich jetzt natürlich mit dieser Schulterbewegung bewege, dann passiert das so, dass der Schläger nach innen geht, kommt zurück und geht dann wieder nach innen. Zu meiner Schwungbahn ist das Schlägerblatt immer square. Immer. In jedem Moment in dem Schwung. Weil hier nichts passieren muss. Es muss nichts ausgeglichen werden. Wenn ihr der Meinung seid, dass, oder der Meinung wart, dass der Putztruck gerade gehört, dann habe ich einen coolen Tipp für euch, dass ihr das mal ausprobieren könnt. Stellt euch mal an die Wand, ja, in euer Setup, ich zeige es hier mal bei dieser Linie vor, stellt den Putter mit der Spitze direkt an die Wand und stellt euch ein Setup und wählt den Abstand so, dass ihr dann wirklich mit dem Putter an der Wand aufliegt. Und jetzt macht ihr mal einen Schwung, wo im Ausholen und im Durchschwingen der Putter den Kontakt zur Wand nicht verliert. Ich schwöre es euch, es wird sich genau so anfühlen. Es wird sich so anfühlen. Ja, probiert das mal aus, denn der gerade Schwung, der ist nicht natürlich und aufgrund von Setup und Schaftlei ist das nicht möglich. Natürlich geht es, aber dann müssen Arme und Hände Ausgleichsbewegungen machen und das funktioniert unter Druck nicht und hat auch keinerlei Konstanz. Gut, damit haben wir das mal geklärt. Die Putt, der Putt-Schwungweg ist von innen nach innen. Das ist einmal eine ganz wichtige Sache. Zudem ist es so, dass die Putt-Bewegung ein Längenverhältnis von 1 zu 1 hat. Ja, auch hier gibt es verschiedene Meinungen. Ich bin der Meinung, dass das Verhältnis der Schwunglänge 1 zu 1 das Beste ist und zwar, dass genauso viel wie ich aushole, genauso viel schwinge ich dann auch nach dem Ball durch und die Bewegung, die ich mache, ist in beide Richtungen gleich lang. So, warum nicht, weil man hat auch gehört, viel kurz ausholen, lang durchschwingen? Das möchte ich deswegen nicht, dass ich meistens, was ich beobachten konnte, bei dem langen Durchschwingen der Körper, die Arme und alles mit in Richtung Ziel bewegt und das ist ein Faktor, der nicht gerade für die Konstanz gut ist. Ja, da kann in der Richtung, in der Länge auch viel passieren. Deshalb das Schwungverhältnis 1 zu 1. Weiters sollte das eine rhythmische Bewegung sein und wie ich schon vorher gesagt habe im Setup-Video, ihr seht jetzt hier von vorne drauf, seht ihr eigentlich ein Dreieck zwischen meinen Armen und den Schultern und in Verbindung mit dem Schaft ist das wie ein Y. Griffdruck ist wie gesagt 70 bis 80 Prozent, genauere Erklärung eben im vorderen Video und ich versuche jetzt diese Bewegung nur über dieses Y zu machen und das so gleichmäßig wie nur irgendwie möglich. In beide Richtungen gleich lang und gleich schnell. Dabei versuche ich eben durch den Griffdruck, versuche ich die Handgelenke aus dem Spiel zuzunehmen, dass die so stabil wie nur irgend möglich sind. Gut, was ist noch ganz wichtig hier dabei? Bei dieser Bewegung ist es dann so, wie kontrolliere ich die Distanz, Längenkontrolle? Ich möchte, dass der Rhythmus, den ihr habt in diesem Schwung, dass der sich nicht ändert. Was sich allerdings ändert, ist die Schwunglänge. Das heißt, habe ich einen kurzen Putt, ist die Bewegung in beide Richtungen relativ klein. Habe ich einen längeren Putt, ist die Bewegung dementsprechend größer. Aber das Rhythmusgefühl sollte immer das Gleiche bleiben. Gut, wir haben eben gesagt, In-to-In, das ist eine ganz wichtige Sache. Ihr bewegt quasi nur die Schultern und schaut, dass der restliche Körper sehr stabil ist. Was meine ich jetzt damit? Und zwar speziell den Unterkörper. Ich sehe es sehr, sehr oft, sehr häufig, dass da während dem Schwung Knie, Unterkörper und alles sich mitbewegen. Das sind alles Faktoren, die wir nicht brauchen und die bringen Unsicherheit und keine Konstanz und auch keine Regelmäßigkeit. Also das heißt, in dieser Bewegung schaut ihr, dass der Unterkörper so ruhig als möglich ist und dass die Bewegung wirklich nur aus den Schultern kommt. Solltet ihr Probleme haben, den Unterkörper ruhig zu halten, habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar drückt beide Knie etwas nach außen und ihr werdet jetzt da relativ viel Spannung spüren. Und diese Spannung schaut ihr, dass ihr haltet und dann werdet ihr garantiert keine Bewegung mehr als im Unterkörper machen. Da fühlt ihr euch wie einbetoniert. Noch ein wichtiger Punkt bei dem Schwung. Wann soll ich dem Ball hinterher schauen? Da beim Putten ist es wirklich so, dass ihr euch auf den Ball konzentriert, den Kopf unten lasst und den Ball erst hinterher schaut, wenn ihr den Schwung beendet habt. Genau. Erst zum Schluss schaut ihr dann wirklich hinterher, wenn der Schwung fertig ist, um hier wirklich den Körper so stabil wie möglich zu halten. Das ist bei dieser Bewegung möglich, ganz im Gegensatz zum vollen Schwung. Das ist ein anderes Kapitel. Also, nochmal die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Es ist ein Schwungverhältnis von 1 zu 1. Ausholen, durchschwingen, gleich lang. Rhythmisch gleiche Geschwindigkeit. Ihr versucht auch nicht, langsam auszuholen und dann zu beschleunigen. Das sollte eine rhythmische, gleichmäßige Bewegung sein im Verhältnis 1 zu 1. Die Schwungbahn ist nicht gerade auf der Ball-Ziellinie, sondern der Schläger wird etwas nach innen gehen beim Ausholen und wieder nach innen gehen nach dem Treffmoment. Das ist hervorgerufen durch die Setup-Position und durch den Laie des Schlägers, durch die Griffhaltung, durch alles zusammen. Gut, dann stabil im ganzen Schwung. Unterkörper bewegt sich überhaupt nicht. Griffdruck relativ hoch, damit auch die Handgelenke und dieses ganze Y-Konstrukt, wie wir gesagt haben, dass das sehr, sehr stabil ist. Da wird wir hier eine große Wiederholbarkeit herausbekommen, um hier den Ball so oft wie möglich in der Mitte zu treffen. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Ja, und ja, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß, das zu trainieren, ja, den Putt-Stroke. Schaut euch, wie gesagt, davor an Griff und Setup, mindestens genauso wichtig. Und als nächstes kommt dann Körperausrichtung und dann das Zählen mit der, auch mit der Längenkontrolle. Gut, also ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Trainieren und schaut wieder rein beim nächsten Video. Und wir sehen uns. Gut, also ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Trainieren und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Trainieren und ich wünsche euch schon mal viel Spaß.